75% aller Getränkdosen auf dieser Welt werden immer noch aus Aluminium hergestellt. Aluminium kann zwar nicht rosten, wie bei dieser Weißblechdose rechts dargestellt, allerdings ist die Herstellung von Aluminium mit großen ökologischen Problemen verbunden. Trotzdem wollen wir uns in diesem Lernvideo mit der Schmelzfluss-Elektrolyse zur Herstellung von Aluminium beschäftigen. Das Lernvideo richtet sich vor allem an Auszubildende für Chemieausbildungsberufe, also Chemielaborantinnen und Chemielaboranten, aber auch chemisch-technische Assistenten oder auch Studierende. Es wird auch ein bisschen Vorkenntnis erwartet, damit ihr mit dem Ganzen etwas anfangen könnt. Also Begriffe wie Überspannung oder Komplexe sollten euch was sagen. Auch elektrolytische Berechnungen solltet ihr schon durchgeführt haben. Zuallererst holt ihr euch das entsprechende Arbeitsblatt. Das findet ihr bei www.laborberufe.de im Ordner C3CL, also Chemielaboranten drittes Lehrjahr. Das Arbeitsblatt hat auch den Titel Schmelzfluss-Elektrolyse zur Herstellung von Aluminium. Ich schlage vor, dass ihr erstmal die beiden Seiten des Arbeitsblattes alleine durcharbeitet und solange auf Pause drückt. Anschließend wird hier im Lernvideo eine kleine Zusammenfassung präsentiert, die eher zum Mitschreiben gedacht ist. Dadurch prägen sich die Inhalte besser ein. Ganz zum Schluss gibt es eben noch einige Fragen auf dem Arbeitsblatt, mit denen ihr euch erstmal alleine beschäftigen sollt. Im Lernvideo gehe ich anschließend auf die Musterlösungen ein. Holt euch also erstmal das Arbeitsblatt und lest es euch alleine durch. Solange drückt ihr am besten jetzt einfach auf Pause. Danach geht es hier weiter. Ich empfehle Ihnen folgende Inhalte handschriftlich rauszuschreiben, weil dadurch prägt sich das deutlich besser ein. Als Ausgangsstoff für die Aluminiumherstellung kann man nur Mineralien nutzen, weil Aluminium ist so unedel, dass es nicht gediegen vorkommt. Also nicht elementar, sondern nur in Form von Verbindungen. Man nutzt hierzu das Bauxit. Das ist ein rotes Erz, was eben durch diese Eisenanteile seine Farbe bekommt. Wenn man das Ganze jetzt ausschließt mit Natronlauge, dann bleibt der Eisenanteil als festes Eisenoxid zurück. Während der Aluminiumanteil in Lösung geht in Form des Tetrahydroxidoaluminarkomplexes. Diese Lösung wird anschließend verdünnt, dann wird sie gleichzeitig gekühlt. Und wenn man auch Impfkristalle dazu gibt, dann fällt aus diesem Komplex das Aluminiumhydroxid aus. Und das wird anschließend noch zum Aluminiumoxid geglüht. Das ist nämlich dann der Ausgangsstoff für die Schmelzfluselektrolyse. Ich würde jetzt auf Pause drücken und die Fragen 1 bis 3 beantworten auf dem Arbeitsblatt. Ganz am Ende des Lernvideos werden die Musterlösungen zu diesen Aufgaben präsentiert. Bei der Schmelzfluselektrolyse könnt ihr folgende Zusammenfassung übernehmen. Bei der Schmelzfluselektrolyse wird ein Gemisch eingesetzt. Das besteht zum allergrößten Teil aus Kryolit. Wortwörtlich kommt es aus dem griechischen Kryo, steht immer für kalt und Lit für Stein. Also der kaltmachende Stein. Der macht bis zu 90% eben aus. Und nur 10% sind von dem Aluminiumoxid vorhanden. Das ist allerdings der Stoff, der sich elektrolytisch zerlegt. Das Kryolit bleibt zu 100% bestehen. So, das Kryolit für sich alleine hätte einen Schmelzpunkt von 1000 Grad. Aluminiumoxid für sich alleine hätte einen Schmelzpunkt von ca. 2000 Grad. Das Gemisch aus beidem, das hat einen Schmelzpunkt, der liegt nicht irgendwo dazwischen, sondern der liegt unterhalb des Schmelzpunktes der Einzelkomponenten. Es tritt also eine Schmelzpunkterniedrigung ein und die Schmelze hat eine Temperatur von 950 Grad. An der Kathode kommt es zur Reduktion. Das heißt, die Aluminiumionen, Al3+, die nehmen Elektronen auf und es entsteht Aluminium. Das ist ein Vorgang, bei dem Elektronen benötigt werden. Der findet am Minuspol statt. An der Anode könnte man jetzt meinen, dass entsprechend Sauerstoff entsteht, weil ja hier die O2-Ionen entladen werden, also die Elektronen abgeben. Allerdings ist es so, dass bei der hohen Temperatur von 950 Grad Celsius dieser Sauerstoff sofort mit dem Kohlenstoff der Elektrode reagiert, sodass sich nicht wirklich O2 bildet, sondern durch diese Reaktion entsteht stattdessen CO2. Wenn man sich die Abbildung auf dem Arbeitsblatt anschaut, so stellt man fest, dass gar keine externe Hitzequelle vorhanden ist. Es wird aber bestimmt eine genötigt, weil schließlich schmilzt die Flüssigkeit, also das Gemisch, bei 950 Grad Celsius, sodass sich eben die Frage stellt, wie kommt man zu so hohen Temperaturen. Der elektrische Leiter, in diesem Fall die Schmelze, hat einen sehr hohen elektrischen Widerstand. Und immer wenn Strom fließt durch einen Leiter mit hohem Widerstand, kommt es zu einer starken Wärmeproduktion. Das wurde ja zum Beispiel früher auch ausgenutzt bei den klassischen Glühbirnen, wo man auch Strom durch einen dünnen Metallfaden geleitet hat und der daraufhin zu glühen angefangen hat. Der hohe Widerstand der Flüssigkeit führt eben zu einer starken Wärmeentwicklung. Es ist also sozusagen eine Widerstandsheizung und durch den elektrischen Strom selbst wird also die nötige Temperatur erzeugt. Als unnedeles Metall reagiert Aluminium spontan mit Sauerstoff und es führt dazu, dass ein Aluminiumgegenstand an der Oberfläche immer eine solche Aluminiumoxidschicht trägt. Diese Aluminiumoxidschicht, die ist transparent, sodass der metallische Glanz des darunterliegenden Aluminiums erhalten bleibt. Diese Aluminiumoxidschicht, die ist durchgängig und die verhindert, dass Sauerstoff oder andere Chemikalien das darunterliegende Aluminium chemisch angreifen können. Sie schützen also das Aluminium. Man spricht auch von einer Passivierung. Durch einen weiteren elektrolytischen Vorgang, diesmal allerdings in einer wässrigen Lösung, kann man diese Schutzschicht noch künstlich verstärken und dicker machen. Dazu muss man eben das Aluminium als Anode schalten. Deswegen spricht man auch von einem Anodisieren. Und was man eben so herstellt, ist das Eloxal, das elektrisch oxidierte Aluminium. Und wenn man da eben noch elektrolytisch weiteres Aluminiumoxid abscheiden lässt, dann entstehen solche Poren. Und in diese Poren lassen sich leicht Farbpigmente einlagern. Anschließend müssen diese Poren auch noch versiegelt werden. Aber so bekommt man eben gefärbtes Aluminium, das besonders geschützt ist durch eine starke Aluminiumoxidschicht. Viele Alltagsgegenstände sind aus solchen eloxierten Aluminium hergestellt. An eurer Stelle würde ich jetzt auf Pause drücken und die Fragen 4 bis 10 beantworten. Anschließend werden hier die Musterlösungen der Aufgaben präsentiert. Ich hoffe, das Lernvideo hat euch was gebracht. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.